Rudi Czerne ist seit 20 Jahren als Moderator der ZDF-Sendung, Aktenzeichen XY, ungelöst, aktiv. Zuschauer können der Polizei in dem beliebten TV-Format bei bislang ungelösten Kriminalfällen helfen. Apropos Polizei, Czerne selbst hatte bereits Probleme mit den Gesetzeshütern und wurde sogar kurzzeitig festgenommen. Bevor Rudi Czerne ins Fernsehen ging, war der Mann aus Wanne-Eickel in den 70ern und 80er als professioneller Eiskunstläufer sehr erfolgreich. Unter anderem gewann der Leistungssportler bei der EM 1984 Budapest die Silbermedaille. Rudi Czerne. Plötzlich wartete die Polizei auf ihn. Eine unvergessene Laufbahn, die von einem besonders kuriosen Ereignis geprägt wurde. Rudi Czerne wurde während seiner Sportlerkarriere von der Polizei festgenommen. 2002 erzählte er den Zuschauern in der Talkshow von Johannes B. Kerner von diesem spektakulären Vorfall. Czerne reiste nach einem Wettbewerb von München nach Düsseldorf. Doch der Empfang am Flughafen der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt fiel ganz schön frostig aus. Eine bewaffnete Polizeieinheit wartete nämlich auf Rudi Czerne. Aktenzeichen XY, Moderator wurde für einen Terroristen gehalten. Nach einer Vernehmung stellte sich allerdings heraus, dass ein makaber Irrtum vorlag. Czerne wurde im Flieger von einem Passagier mit dem RAF-Terroristen Christian. Klar verwechselt. Letzterer war zwischen 1977 und 1982 an mehreren Anschlägen beteiligt gewesen und wurde daher akribisch von der Polizei gesucht. Da gab's ein Fahndungsfoto vom BKA. Und das sah meinem Antlitz sehr ähnlich, erinnerte sich der festgenommene, Aktenzeichen XY, Starr. Der im Anschluss glücklicherweise freigelassen und vom Vater sehnlichst am Eingang des Flughafens empfangen wurde. Der im Anschluss Der im Anschluss